Yo Leute, Dirk von LPS hier am Start und zwar mit einem neuen Video, mit der neuen Serie, mit dem neuen Format Fußballtalk und wie ihr schon an dem Bild sehen könnt, reden wir jetzt über Fußball und zwar ist das ein saftiger grüner Rasen mit dem Mittelpunkt und zwar geht es in dieser Serie darum, dass wir über Fußball reden, ich zum Beispiel oder andere, also die da mit dabei sind vielleicht mal André, Maxi, Tom, keine Ahnung, irgendjemand wird sich dann schon mit mir bestimmt finden, der mit mir diskutieren will über Fußball und zwar wollte ich jetzt einmal pro Woche diese Serie bringen und darin sollte vorkommen, halt über neue Regeln, wie zum Beispiel neue Abseitsregeln, die jetzt eingeführt worden ist, der Spieltag, Transfers, Gerüchte, alles mögliche sollte da drin sein und ja, das war es eigentlich schon mit dem Ankündigungsvideo, am Mittwoch kommt dann die erste Folge von Let's Talk About Football, ciao!